Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Oh Gott, was habe ich getan? Sie hat mich gezwungen. Sie hat Martha getötet. Aber wer auf dieser Welt wird mir das jetzt glauben? Sie werden mich in die Irrenanstalt bringen. Diese Filmrollen sind meine einzige Hoffnung. Sie hatte also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer. Das hätte ich mir denken können. Oh mein Gott. Früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen. Dann wird alles zu Ende sein. Verdammt. Der Strom ist ausgefallen. Jetzt kann ich die Filmrolle nicht mehr entwickeln. bis zum nächsten Mal. być nach vorne. Untertitelung des ZDF, 2020